Die Veranstaltung ist eine sehr runde Sache. Die Veranstaltung hat einige Fragen aufgeworfen, andere beantwortet. Der Executive Circle ist eine gelungene Veranstaltung, in der man sich wunderbar weiterbilden kann, gute Netzwerke schaffen und auch eine gute Zeit verbringen kann. Ein spannender Austausch mit Leuten, die ähnliche Fragen bewegen und vor allen Dingen interessante, sehr intensive, durch die Vier-Augen-Gespräche hervorgerufene Kontakte mit Unternehmen, die Lösungsansätze bieten können. Rundum würde ich sagen, ist dieser Executive Circle zwei Tage sehr intensiv, aber er spart sehr viel Zeit, wenn ich einfach kumuliert das Ganze betrachte. Die Veranstaltung lohnt sich vor allem, um einfach mal Inspirationen zu erhalten für die tägliche Arbeit. Also die Fachvorträge waren durchweg sehr, sehr gut. Herr Professor Hipp war exzellent. Der Executive Circle ist eine sehr gute Art, mit dem Speed-Dating-Ansatz schnelle Kontakte zu machen, sehr konkrete Gesprächssituationen zu erzeugen und mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen, zwei Tage sehr sinnvoll investiert zu haben.